Musik Mein Name ist Jesna Strick, ich bin 24 Jahre alt. Gemeinsam mit Nicole von Horst und Anne Wietzurek habe ich den Hashtag Aufschreiben mit initiiert und damit der Sexismus-Gewatte in Deutschland neue Impulse gegeben. Der Zugang zum Internet muss ein Grundrecht sein. Derzeit verhindern verschiedene Faktoren, wie beispielsweise Einkommen, Herkunft, aber auch Geschlecht, dass Partizipation im Netz für alle möglich ist. Für Frauen ab 60 bilden die größte Gruppe der Offliner. Wer Zugang zum Internet hat, hat die Möglichkeit, Politik zu beeinflussen. Der Aufschrei hat gezeigt, dass es möglich ist, Debatten aus dem Netz in alle Teile der Gesellschaft, in die Medien und auch in die Politik zu bringen. Das Internet bietet eine Öffentlichkeit, die Aktivistinnen für sich nutzbar machen können. Öffentlichkeit bedeutet aber auch immer Risiko. Deswegen müssen wir über Privatsphäre im Netz sprechen. Besonders von Menschen, die weniger privilegiert sind als weiße, heterosexuelle Männer aus der Mittelschicht. Geht zur Europawahl, denn auf europäischer Ebene wird die Zukunft des Internets entscheiden mit Bestimmten. Geht zur Europäischeomosininungsvolle Musik Geht zur Europäische Ebene wird die Unterschiede mit Bestimmten. Geht zur Europäische Ebene wird die Zukunft des Drieger und der Europäische Bürgerkirchen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dürfen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.